Gut, dann gehen wir erstmal hier nochmal hin. Äh, da brauchen wir immer noch ne Schaufel. Ne, da können wir erstmal nichts machen. Moment mal, jetzt will ich das mal kurz wissen. Brauchen wir hier den Engelsgeist? Ne. Leere Flasche? Auch nicht. Ja, was brauchen die denn? Keine Ahnung. Ne, uns fehlt ja noch ne Urne. Das sind ja fünf gewesen. Gemacht. Probier meinen Lust. Bring mir eine blaue Rose. So, so. Besiege das Phantom. Du willst also eine schwarze Rose haben. Das Phantom der Opa erschien in dem Spiegel. Es bat mich, ihm eine schwarze Rose zu bringen. Verliere ich den Verstand oder spukt es hier wirklich? Ist er das Phantom der Opa? Warum möchte er eine schwarze Rose? Tja, wenn er das haben will. Nagelknipser. Wenn er das haben will, dann sollte das halt so sein. Tja, aber wir haben momentan noch keine schwarze Rose, also muss er noch ein bisschen warten. Ähm. Mit der Heckenschere können wir ihn nicht befreien, ne? Ne. Ah, ich weiß nicht, ob der Drehaugelspieler uns dabei hilft, dass er ihn runternässt, wenn wir ihm die Münze gegeben haben. Also kann ich mir zumindest gut vorstellen. Äh, tja. Engelsgeist. Ja, jetzt haben wir zwar ein paar Gegenstände bekommen, aber naja. Ich gehe nochmal hier hin, weil ich habe immer so im Hinterkopf so das Gefühl, dass ich hier irgendwie eventuell ein Bimmelbild freigetrackert habe. Das kann nämlich auch jederzeit passieren. Ja, da... Wie viel fehlen uns hier noch? Drei. Also eine habe ich, also sind es noch zwei, die ich brauche. Okay. Tja, da können wir ja immer noch nichts machen. Also wenn die vertrocknet aussieht, dann muss ich die wohl erstmal befestern, aber... Achso, doch, das hätte so ausgehen können. Okay, gut. So. Gut. Ah ja. Stern... Sternanisblüten. Okay. Sternanisblüten. Tja. Jetzt ist natürlich die Frage... Hier mit dem Rezept... Vielleicht ist der Topf zum Brennen geeignet, was du nicht sagst. Nee. Der Engelsgeist muss vor allem anderen Zuttern hinzugefügt werden. Ja, gut. Laut Rezept müssen zuerst Holz und ein Wurm dazu gegeben werden. Ich soll also absintheit brennen. Aha. Ja, zwei. Und ein Regenbogen. So. Und jetzt? Jetzt brauche ich nur noch frische Stännern ins... Ja. So, was muss ich jetzt hier machen? Klicke auf die Anisblüten und ziehe sie, um sie voneinander zu entfernen. Sobald die Anisblüten untergehen und die Flüssigkeit grün aufleuchtet, ist er ein bisschen fertig gebaut. Okay. Okay. Es sieht aus, als wäre der Absintheit fertig. Ich brauche ein paar leere Flaschen. Ein paar. Okay, nur zwei. Okay, gut. Flasche Absintheit. Brauchen das die... Zwei Engels... Äh, die Frauenstaturen vielleicht? Ich guck mal. Äh, ne, Quatsch. Wo war das jetzt? Ich guck einfach mal. Ja! Super! Okay. Ah, da haben wir doch mal was. Oh Gott, noch ein Rätsel. Findet die fünf Zahlen, die jeweils nur einmal vorhanden sind, um den Tresor zu öffnen. Nachdem du auf alle richtigen Zahlen geklickt hast, kannst du den Griff betätigen. Insgesamt gibt es zehn Zahlen. Überprüfe nacheinander jede der Zahlen. Okay. Also die zwei kommt öfters vor, die vier kommt öfters vor, die zehn auch. Die römische zwei kommt auch öfters vor, die römische zehn kommt auch öfters vor, das auch. Das Rätsel ist natürlich auch per Zufall generiert hier. Vier auch, zehn auch. Da, 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 vier auch, drei auch. Ähm, die römische fünf. Sehe ich jetzt nur einmal. Und das war auch schon mal richtig. Okay, die römische acht sehe ich öfters. Die römische drei sehe ich auch öfters. Das war die römische acht. Die drei sehe ich auch öfters. Okay. Ja, wir müssen jetzt so vorgehen. Dauert zwar jetzt ein bisschen, aber ist halt so. Die neun sehe ich jetzt auch nur einmal hier. Ja. Die zehn ist hier öfters. Das ist die römische vier, die sehe ich aber auch hier öfters. Die römische sieben sehe ich hier auch nur einmal. Jawohl. Zwei, vier, eins. Sehe ich auch nur einmal. Die römische acht ist hier mehr, die drei auch. Nee, die ist auch hier öfters. Ja, und die sechs hier, ne? Ja. So, und jetzt können wir betätigen und da haben wir die letzte ohne. Jawohl. Perfekt. Jetzt haben wir alle fünf. Ach, ne, Quatsch. Ähm. Hier war das, genau. So, alles klar. Platziere alle Ohren mit der Asche von Dubius, Francis, Edmund und Vincent. Sobald du die Gräber in der Nähe des Häuschens untersucht hast, wird die Lösung in deinem Tag wo eingetragen. Okay, brauche ich noch mal kurz den Hinweis. Also, zuerst kommt Dubius. Äh, ich lese mir das jetzt leise in Gedanken mir nochmal. Dann Francis. Oho. Edmund. Okay, gut. Alles klar. Dann haben wir es nämlich auch. So. Da haben wir die schwarze Rose. So, so. Welches Light könnte eine Rose ihrer Farbe berauben? Tja. Ne, ich glaube, da müssen wir ganz zurück. Genau hier war das. Da ist doch deine schwarze Rose. Das ist nur der erste Schritt. Lass mich euch zeigen, wie es alles begann. Ah, ja. 20 Musik-Symbole. Okay. Also ähnlich wie im ersten Teil. Wow. Okay, das war aber ein großes Symbol. Musik-Symbol. Ja, hier muss man auch wieder gut gucken. Aber ist machbar. Auf jeden Fall. Ah, viele sind wirklich fies versteckt. So, und eins fehlt noch. Toll. Da. Die Managers kommen, um zu verstehen, dass die Payment meiner Geldung für jede Menge wert war, wenn sie hoffen, ihre Produktionen zu fortsetzen, ohne Inzidenz. Mhm. Ah, ja. So, Flörkasten. Noch eine Vision. Diesmal erhielt das Phantom seine Sage. Es verlangte 20.000 Franken pro Monat und das Log ab 5 immer für ihn reserviert werde. Aha, okay. Okay, mein Lieben. Aber ich denke mal, für den ersten Eindruck reicht das erstmal. Beziehungsweise für die erste Aufnahme von Mystery Legends 2 Das Phantom der Opa. Ich hoffe, es hat euch gefallen, der erste Eindruck von dem zweiten Teil von Mystery Legends und ja, äh, hier beim Flörkasten geht's dann beim nächsten Mal weiter und dann schauen wir uns dort auch weiter um. Auf jeden Fall. Und ja, ansonsten verabschiede ich mich jetzt erstmal und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zur nächsten Aufnahme von Mystery Legends 2 Das Phantom der Opa. Bis bald. Tschüssi. 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 Tschüssi.